Mit zwei, drei Jahren habe ich immer gesagt, wenn ich gefragt wurde, was willst du mal werden? Die meisten meiner Kumpels wollten Feuerwehrmann werden und so. Und ich habe immer gesagt, ich möchte Picasso werden, weil der in den 50er Jahren so das Synonym für einen Künstler war und Maler. Ich komme ja aus einer kleinen Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen und da waren die Künstler nicht sehr breit gestreut. Und jeder, der nur einen Pinsel halten konnte, da habe ich schon am Rockzipfel gehangen, um was zu lernen. Meine Mutter hat das sehr gefördert, im Gegensatz zu meinem Vater. Der mochte das nicht so, der wollte, dass ich ein Handwerker werde. Ich sollte das Geschäft übernehmen, Klempnerei und Installationsgeschäft. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also Toiletten aufstellen und so und das lag mir natürlich überhaupt nicht. Und ich habe so zarte Künstlerhände. Da hatte ich ziemlich einen Streit mit meinem Vater. Aber als ich zum ersten Mal in einer Zeitung war und im Fernsehen erschienen bin, da hat er es angenommen. Und wenn ich Anerkennung bekommen habe, war das eher so ein Nebeneffekt. Ich konnte nicht anders. Ich habe schon sehr früh erst mal in einer Verwandtschaft Bilder verkauft für ein kleines Geld. Und dann kamen Aufträge. Dann habe ich eine Lehre gemacht als Schriften- und Plakatmaler. Damals wissen die meisten Leute heute nicht mehr, die Kinos hatten draußen große Plakate. Die waren aber nicht gedruckt, sondern die waren gemalt. Und das machte mir unheimlich viel Spaß. Und irgendwann brauchten die Kinos nicht mehr diese Werbung. Und dann habe ich studiert. Und da habe ich überall in jeden Bereich mal reingeschnuppert. Visuelle Kommunikation hieß das damals. Und dann nahtlos habe ich dann davon gelebt. Dann habe ich ein Kino ausgemalt. Gestaltungen gemacht, Bilder gemalt, große Ausstellungen gemacht, Experimentalfilme auch gemacht. Ich bin immer kreativ. Ich muss immer irgendwas machen. Selbst wenn ich hier irgendwo eine Kastanie finde, mache ich was draus oder ein Blatt. Das steckt in mir drin. Vielleicht ist das Künstler, dass Künstler immer irgendwie was machen müssen und Ideen haben. Panik kriege ich, wenn ich keinen Kugelschreiber und kein Blatt Papier in der Nähe habe. Ich habe dann eine Idee, will die notieren. Ein paar Stunden später habe ich die vergessen. Dann ärgere ich mich. Also meine größte Stärke in der Schule war Aufsätze schreiben. Und zwar deshalb glaube ich mittlerweile, habe ich erst vor kurzem mal drüber nachgedacht, weil ich eigentlich ein stiller Mensch bin und eher zuhöre, als dass ich selber irgendwie aktiv bin und Leute durcheinander bringe. Dann würde ich ja gar nichts mitkriegen. Also höre ich eher zu und dann sammeln sich Wörter, schöne alte deutsche Wörter zum Beispiel, die heute gar nicht mehr benutzt werden. Ich habe ein Lied von Clare Waldorf gehört, mit meinem Schatz Konditern gehen. Und dieses schöne Wort Konditern benutze ich heute sehr gerne. Und irgendwann habe ich mal angefangen, Kurzgeschichten so für mich zu schreiben, mit einer alten, schweren Schreibmaschine und so. Und das war eine Tortur, wenn man sich vertippt hatte. Dann kam der Computer und das sah sofort aus wie ein richtiges Buch. Und da habe ich wieder Blut geleckt, um wieder angefangen zu schreiben, weil diese Fantasie, die man hat, kann man nicht alle in Bilder packen. Und so habe ich eben so ein Ventil gefunden, wo ich das auch schreiben kann. Und plötzlich kamen Drehbücher dazu oder meine eigenen Bücher. Oder ich schreibe Kolumnen, Glossen, Kritiken, alles Mögliche. Das gehört einfach auch zu mir dazu, ohne dass ich sage, ich bin Autor. Ich bin einfach Künstler wahrscheinlich, weil das gehört ja auch mit zur Kunst. Das Wort Künstler vereinfacht ja auch vieles. Man muss jetzt sich nicht groß erklären. Wenn Leute fragen, was machen sie beruflich, Künstler? Und da muss man gar nicht erklären, da winken die Leute schon ab. Ich weiß schon immer, dass ich das machen wollte. Und ich muss es bis ich tot umfalle, muss ich das wohl machen. Ich bin Mitte der 70er Jahre nach Berlin gekommen und fand die Stadt so was von toll. Das war natürlich nicht die Stadt, die wir heute haben. Es war wie eine Insel und so was von schräg und etwas der Zeit hinterher, was es heute genau umgekehrt ist. Und damals im Film Himmel über Berlin von Wim Wenders sieht man das noch ein bisschen. Der hat das gerade noch so einfangen können. Dann sah ich ein Schild auf dem Bürgersteig, auf dem stand Frühstück bis 20 Uhr. Und da habe ich gedacht, das ist meine Stadt, wo das möglich ist, da will ich hin. Und irgendwann war es dann so weit, da bin ich nach Berlin in eine Drei-Zimmer-Altbau-Wohnung mit Ofenheizung, riesige Kachelöfen gegenüber von Heinrich Zille, wo Heinrich Zille damals gewohnt hat. Und ich fühlte mich sofort so wohl. Übrigens 80 D-Mark Miete für 80 Quadratmeter Mieten, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das Schöne an Berlin ist, sobald man einen Ausweis hat, hier gemeldet ist, ist man automatisch Berliner. Kein Berliner sagt, sie gehören aber hier nicht hin. Und ich sage immer, die besten Berliner waren die zugereisten Berliner, nämlich Clare Waldorf und Heinrich Zille. Und man könnte noch mehr aufzählen. Das waren auch keine geborenen Berliner. Und meine größte Liebe überhaupt ist Berlin. Bis heute. Ich kann nur sagen, ich glaube, kein Künstler weiß, dass er gerade Künstler ist. Der müsste in sich reinhören und mal nachschauen, brenne ich dafür? Will ich nichts anderes machen? Würde ich dafür hungern? Würde ich Familie aufgeben, nur um Kunst zu machen? Ich glaube, dann ist man Künstler und dann würde ich zu raten. Aber mal das zu machen und da mal einen Job machen und artfremde Sachen, dann würde ich sagen. Oder Leute, die sehr auf Geld achten und ich brauche Geld oder ein eigenes Haus, dann kann ich nur abraten. Weil das Leben eines Künstlers ist Berg- und Talbahn, mal viel Geld, mal wenig Geld. Und es ist Schicksal, wenn man Künstler ist. Wie eine Krankheit vielleicht.